Na ihr Skorpione, wo seid ihr? Hier gibt es bestimmt noch Skorpione. Achso, jetzt können wir mal schauen bei den Herausforderungen. Was kann ich jetzt machen? Oh, jetzt kann ich hier eine Belohnung einfordern. Oh, jetzt steigt hier unser Multiplikator. Kohle ernten. Sehr gut, das können wir auch noch machen. Beutetiere besiegen und Skorpione. Also 5 Skorpione. Ich kann mal schnell meine normale Mütze wieder aufsetzen. So, ich schmeiße mal schnell die Steine raus, die brauchen wir jetzt echt nicht. Da können wir schon mal Kohle ernten. Das können wir eigentlich gleich mal machen. Massen wir da auch mal ein paar Aufgaben abschließen, oder? Kohle können wir eh brauchen. Oh, ich sehe ein Skorpion. Sehr gut. Ja, super. Ich bin überlastet. Was schmeißt man weg? Ja, komm. Das Holz brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Kettin. Brauche ich überhaupt das scheiß Kettin? Ja, komm, brauchen wir nicht. Ich schmeiße das Kettin da weg. Brauche keine Sau. Also zumindest im Moment brauchen wir es nicht. Vielleicht brauchen wir es irgendwann. Dann ärgern wir uns, weil wir es wegschmissen haben. Aber ich bereich jetzt erst einmal da ein paar Skorpione. Ne, komm. Noch vier. Oh, ich sehe schon welche. Komm mal her. Hallo. Hallo. Ja, komm mal. Genau. Sehr gut. Bleib halt da, aber du bist ja jetzt weg. So. Oh, da ist ein Elite. Ein Boss ist da oben, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Na scheiße, ist da wieder irgendein blöds Fenster aufgegangen? Das seht ihr, glaube ich, nicht. Das sehe bloß ich. Aber das habe ich jetzt genau schön im Bild. Level up. Das geht halt wirklich ratzfatz. Jetzt muss ich bloß schnell das Fenster da wegmachen. So. Genau. Hey, Mr. Scorpion. Au. Und einen noch. Das ist der hier. Na komm. Den großen da oben würde ich gerne nicht pullen. Glaube ich. Au. Puh. Erledigt. So. Aber eine weitere Herausforderung. Belohnung anfordern. Oh, jetzt sind wir schon fertig. Mit einer Sichel Pflanzenfaser ernten. Da bräuchten wir jetzt eine Sichel. Okay. Ja, müssen wir uns halt eine bauen. Das ist ja kein Problem. Habe ich jetzt da eigentlich was freigeschäumt? Oh, ja. Jetzt habe ich das habe ich jetzt irgendwie freigeschalten, oder wie? Das. Oder habe ich das jetzt freigeschalten? Wie ist denn das jetzt? Rang 1 Belohnung. Okay. Überliefertes Wissen. Ah, okay. Äh, gut. So. Dann laufen wir wieder hoch. Oh, da ist Kohle. Die bauen wir gleich noch ab. Aber ich wollte jetzt eigentlich da mal ein bisschen in den Norden schauen. Also mal ein bisschen umschauen, was da los ist. Da ist übrigens klar, ist Festung. Da ist ein Dungeon drin. Eins der wenigen Dungeons, die es gibt bei Conan. Also alles voll mit Eisen, also Eisen und Stein. Also wir haben hier Ressourcen ohne Ende. Ohne Ende. Da ist auch noch Kohle. Kann man eigentlich gar keine abbauen. Ich hoffe, wir können das noch schleppen. Ich glaube, mehr kann ich nicht mehr mitnehmen. Dann müssen wir erst wieder ein bisschen was einlagern. Oh, kümmern wir gleich das Beutetier da. Beutetier. Dass wir da auch ein bisschen weiterkommen. Aber jetzt nicht wieder vorbei stechen. Hau halt ab. Also. Ohne Scheiß. Also. Naja. Was willst du jetzt da sagen? Das ist halt schon gefeiert. Schmeißen wir die Kohle da gleich rein. Genau. Da kraxeln wir ein bisschen rum. Kohle. Können wir eigentlich Schwefel-Acker rein schmeißen? Nein, Schwefel schmeißen wir jetzt da noch nicht rein. Genau. Kohle. Schwefel schmeißen wir da halt da rein. Weil es wurscht ist. So. Kann ich eigentlich meine Rüstung reparieren irgendwie oder so? Reparieren. Ja, egal. Sichtle. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie eine Waffenwerkbank oder so bauen. Oder, na, eine Schmiede. Oder? Eine Schmiede. Wir können ja bestimmte Schmiede jetzt noch bauen. Dann machen wir jetzt da noch schnell zwei Fundamente hin. Dann brauchen wir nur eine Schmiede. Dann brauchen wir uns gleich nur eine Schmiede. Dann müsste das doch eigentlich florieren, oder? Ich glaube schon. Schmiede. Eisenbahn brauchen wir da dafür. Aber die müsst ihr eigentlich haben. Achso. Da wollte ich ja schauen. Was brauche ich jetzt für die Schmiede? 250 Stein, 50 Eisenbahn. Also. Machen wir noch ein bisschen ein Stein. Und da können wir uns endlich auch mal vernünftige Werkzeuge bauen. Aus Eisen, ne? Wenn wir das Steinzeug da tun. Das ist ein Schrott. Der Sklaven müsste wir uns eigentlich auch mal ein paar fangen. haben wir genug und 50 eisenbahn genau kletter übers feuer das ist sehr gut 50 eisenbahn und jetzt müssen wir die schmiede eigentlich bauen können genau jetzt einfach dahin hauptsache wir haben das dabei was können wir da jetzt bauen eine sichel brauchen wir jede menge eisenbahn eisenpickel also richten uns einmal ein bisserl eisen zusammen ein bisserl farming habe da noch eisenbahn oder viel net alles wurscht die nehmen einmal dabei okay da schmeiß man ein bisserl das holz da rein obwohl das brauchen dann gehen wir ein bisserl eisen farming und kohle jetzt müssen wir trotzdem beim formen zuschauen ich bin ein fuchs also wir haben hier wirklich alles was wir brauchen eisen kohle stein bäume also hier kann man es wirklich super aushalten in dem bereich da bei sepamero da kann man echt nix sagen gerne war nur mit sehr gut ja dich brauchen wir du bist ein beutetier oder bist du beutetier na der ist kein beutetier ihr seid beutetiere euch brauchen wir doch sehr schön machen wir hier mal progress so oder haben wir anu eisen so alles in den ofen in den ofen sollte das machen mit genau so was brauchen jetzt für die sicher 30 eisen bauen und ein eisen pickel können wir eigentlich bauen und äste brauchen wir dann können wir mich jetzt als sichel bauen und einen eisen pickel bauen und dann sind wir nämlich schon ganze ecke weiter kommt das zeug braucht man doch nicht schmeißen mal weg da ist den kraft da genau packen wir mal da rein nach dem brauche und den eisen pickel brauchen wir den können wegschmeißen da im krampf jetzt können wir da kein bisschen sichern so schnell geht es wenn wir das sicher ist es schon ein bisschen angenehmer als immer mit der hand dort zu pflücken da haben wir das auch schon wieder belohnung anfordern eine kreatur mit abtrennen verkrüppeln und bluten belegen ok ja da bräuchte man durch verkrüppeln geht glaube ich mit dem schwert wir ernten erst einmal nur kohle köln also da kriegen wir jetzt natürlich schon ganze ladung mehr da können wir uns dann eigentlich auch keine eisen axt bauen dann haben wir das nämlich auch schon wieder einmal endlich einmal ein vernünftiges werkzeug das ist doch dann eigentlich schon die halbe miete oder das ist doch dann schon die halbe miete und bauen wir einfach erst da bauen wir jetzt gleich ein zwirn dabei einfach so weil zwirn werden wir eh nur brauchen da ist bestimmt auch noch irgendwo kohle oder ist da noch irgendwo kohle da ist kohle sehr gut einmal kohle noch da da nehmen wir gerne ein bisschen stein mit brauchen wir eh auch noch dann haben wir die herausforderung auch erledigt pflanzenfasern ernten schon wieder haben wir doch erst gemacht na gut dann ernt man halt pflanzenfasern zählt das auch mit der sichel oder bloß mit der hand naja werden wir gleich sehen ja passt geht auch mit der sichel naja jetzt geht aber da was vorwärts mit die herausforderungen ja scheiße jetzt bin ich überlastet nächste so gorillas besiegen ja gorillas habe ich jetzt da eher keine aber ich weiß wo naswerner sind so jetzt immer dabei stufe 2 oder was stufe 3 also deshalb jetzt schon abgeschlossen oder was habe ich jetzt da schon münzen oder wie habe ich das jetzt schon oder noch nicht aber das ist schon freigeschalten oder wie sind es jetzt rang 3 belohnung ich kenne mich nicht aus wie käme wieder aus da oben sind sind es die münzen oder was ich weiß es nicht ich habe keine käme nicht aus mit dem bettel post zeugter ja geh halt nur langsamer muss einmal etwas einlagern jetzt pflanzenfaser einlagern zu führen das war schon alles voll weil er auch alles durcheinander geschmissen hat die kann man eigentlich auch noch mitnehmen kohle haben wir jetzt wirklich absolut genug normal das nur mit da rein kann jetzt eigentlich den speer da reparieren obwohl ich würde eigentlich gerne mal einen das war ein hammer hätte eigentlich gern ich hätte gerne einen hammer aber wir können bestimmt eigentlich schon stahl sachen machen oder das war schnell schauen wissen waffen ja stufe also durch die stachen die stahl sachen können wir eigentlich bauen ich hätte ja gerne einen hammer einen hammer hammer also einer kriegs haben wir stellen der kriegs haben den hätte ich gerne aber dazu brauchen wir erst stahl werkzeuge stahl werkzeuge fleischer geselle können wir eigentlich einmal nehmen so stahl werkzeuge wieder mein kriegshammer haben stellen der kriegshammer uralter kriegshammer der geht erst ab stufe 44 es ist egal ich baue mir jetzt einen stählern den kriegshammer was brauchen wir für den was brauchen wir denn da stahl reparatur hammer ich hätte gerne ich kann ja eigentlich auch schon stahl pickel und so bauen ja wurscht jetzt stelle einer kriegshammer 45 stahl baren 8 zweige okay wir holen wir mal stahl waren ich habe doch ich habe doch genug stahl waren oder habe ich da auch noch zwei gerungen liegen habe ich irgendwo noch zwei gerungen ja da kommen aber das zwei also äste immer ein äste so äste rein stahl rein stahl haben wir bauen einmal bitte da kann man dr kai doch bestimmt jetzt schon werkzeuge überleben da das hätte ich gern die spitzhacke kriegt man erst bei 43 ja wurscht dann braucht man nur 43 haben wir doch aktuell aber ich muss jetzt eh nur wieder mal leveln der serker könnte man machen robust erhöht maximal gesundheit um 100 wir gehen jetzt wir geben wir mal da noch was drauf ja so viel wollte jetzt eigentlich nicht ja wurscht bis jetzt heute so gehen wir mal um vitalität ich glaube stärke werden wir sowieso voll machen deswegen ist es wurscht jetzt ist es wurscht ok ok wo ist mein hammer gehen wir mal den hammer den speer ja komm mal so den nehmen wir mal nur vorsichtshalber mal nur mit ja jetzt geht hier aber richtig der punk ab was muss ich jetzt noch machen gorillas besiegen beutetiere besiegen kleiner als aus einem nasworn machen weiß nicht muss man das nasworn da einfach töten oder was ich weiß es nicht beutetiere besiegen also ok komm wir sind jetzt voll krass bewaffnet da werden wir jetzt einfach hier alles alles umnieten was uns in die quere kommt kommt dr dr dr